Ich glaube, der kann uns hier auch nicht helfen. Man kann es ja mal probieren. Nur, dass ich gut gesagt habe und nicht Gott, oder was du verstanden hast. Das soll Gott gesagt oder nicht? Nein. Egal. So, Ultimate. Nein, das wollte ich nicht. Da brauchen wir Strom. Da brauchen wir Strom. Wollen wir vielleicht ein paar mehr Tesseract aufstellen langsam mal? Das wäre vielleicht eine gute Idee, oder? Ein paar haben wir ja noch. Ich setze das noch wieder auf allgemein. Äh, scheiße. Vor allem sollen wir das Ganze eigentlich mal gescheit verkleiden, irgendwie mit Passaden hier? Würde ich sagen, machen wir, wenn das wirklich läuft. Weil wer weiß, ob wir das noch umbauen müssen, oder verbessern müssen, oder, oder, oder. Also, du kannst dir gerne die Arbeit machen, aber, ich glaube nicht, dass das jetzt perfekt läuft. Also, ich denke, wir müssen das noch ein paar Mal wieder neu bauen. Ich mach das, was hier... Ich mach das, was hier... Was ich dir jetzt gerade hinstelle, einfach schon mal. So, weil... Naja. Ja, kannst du meinetwegen machen. Äh, schlafen? Auch wenn's schon wieder dunkel ist. Äh. Ja. Multi? Ich bin im Nether. Ach so. Ah. Gott. Äh, das hältst du nachher drüben, oder? Das Kabel. Ja. Ja. Du hast blau? Okay. Okay. Setz mal ab, jetzt haben wir genug. Ja, nein. Das könnte knapp werden. Oh ja, stimmt. Stimmt. Äh. Guck mal, da muss ich jetzt ein Portable Tank nehmen. Äh. Brian, haben wir sogar noch. Cool. So. Warum glaub ich mir genau den Digital Miner, wo keine Upgrades drinnen sind? Ne? Ich wunder mich, 45 verdammte, äh, Niederquarzerze und der Brauch und Brauch und Brauch. Guts. Ähm. Ja gut, Flynn, wenn du so viel langweilig hast, kannst du auch eine andere Farbe da noch lang nehmen. Nö. War irgendwie klar. So. Ach, das blaue Kabel hast du hier schon hingelegt? Ja. Danke. Ich dachte eben schon zweimal neben und hast sogar was dazu gesagt, aber naja, gut, okay. Ja, ich dachte, du hast das Kabel schon komplett gelegt. Wie komplett gelegt? Bis am Anschluss dran. Achso, ich weiß nicht, was hin sollte. Als andere blaue Kabel. Achso, wow. Ja, wir hatten... Na gut, hab ich nicht gesehen. Du hast doch nicht gesagt, dass da noch was ist. Ne, das hab ich wirklich nicht. Da hast du ausnahmsweise gelegt. Siehst du? Deswegen kannst du das auch nicht sehen. Äh... So, machen wir es mal so. Dann kann hier... ... 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 Ach ne, Chlorine ist ja das Ausgangsprodukt. Stimmt ja. Äh, Chlorine muss dann wiederum... ...am besten in den richtigen Pipe. Äh, nö. Pressure. Loll. Na? Hab ich jetzt... Die eigene Zelle hier, die bekommt einfach... Äh, keine Ahnung, wieviel Medi-Barket... ...pro Sekunde dazu. Okay. Hä, bin ich jetzt... ...komplett bescheuert irgendwie? Kein Kommentar. Danke. Gerne. Pressure. Hä? Hä? Ich hab das genauso aufgebaut wie drüben, aber irgendwie ist das trotzdem falsch. Hä? Hä? Wo sieht die jetzt? Ja, das sieht nach dem weißen... äh, nach dem... ...Gelden aus. Hä? Ich kapier diese Maschine nicht. Hier muss... Hier muss... Ja. So, jetzt ist es richtig. meine Güte. So. Und das muss jetzt theoretisch... ...hier rein. Die muss auch wieder so rum aufgestellt werden Von hinten kommt das rum Oder auch nicht Doch so rum Ich dreh gleich echt am Rad So, jetzt habe ich aber beide Flüssigkeiten, die wir brauchen hoffentlich So Bindi, wie viel netter Quartz bräuchtest du? Keine Ahnung, wir brauchen die halt für Dance-Kabel und so Also für den Luxen-Armee-Kabel Erstmal sollten die reichen, denke ich, oder? Können wir eigentlich hier auch durch die Maschine jagen, oder? Ja, da kriegst du 6 aus einem R2 Na gut Das heißt 36 Stacks hätten wir dann, oder? Nein, das war schon durchgerechnet Ah, okay Als so viel wollte der Düssel in den Manner dann doch nicht machen Achso, du hast ihn langsam mitgenommen, ne? Ja Ich kapier's irgendwie gerade nicht Wollte, du musst gleich nochmal gucken Irgendwie bin ich Ah, noch mehr Profis Blöd oder zu intelligent dafür? Tja Oder die können auch nichts rausgeben, wenn sie keinen Strom haben Ne, daran lag's nicht, schade Ich kapier's echt nicht Ich hab die Maschine jetzt genauso aufgebaut, wie du die eben auch hattest drüben Ne, warte Dies kommt auch von der Seite So Alter Nö Hä? Nö, anders ran Jetzt verbindet die sich Ah, und jetzt sieht's auch richtig aus, okay Aber warum produziert die jetzt nix das Sodium? Wo hast du das hingepackt? Aber rausgeschmissen Okay Das ist auch ne Alternative So, und jetzt müssen wir von hier aus da drüben die Kabel hinlegen Ähm Ich würd sagen, wir machen das untenrum, oder? Äh, das ist doof Ja Ähm Ich lass das Hydrogen nochmal drin, damit es leer wird Was wir noch in meinem E-System drin haben Müssen wir nur dran denken, dass wir das demnächst abklemmen müssen auch Hä, wie mach ich das denn jetzt hier? 58 Kilo Buckets Brian haben wir schon Oh je je Das ist ganz schön viel eigentlich So Also die Verkabelung, wenn das wirklich passt Müssen wir definitiv nochmal ein bisschen Zeit in die Verkabelung noch gemacht und investieren Auch nur ein bisschen Ja Die ist jetzt mir jetzt ein bisschen hässlich Legst du die Kabel hier schon mal rüber? Mit? Vor allem, wie wollen wir das eigentlich machen? Wenn du mir die Tubes gibst, ja Äh, ich hab selber nicht genug Wir brauchen neue dann Wir müssen ja quasi auf der einen Seite das eine lang liegen und auf der anderen Seite das andere, oder? Ja Welche hast du? Du hast die Ultimate Ja Äh, es ist eklig Ähm Warte mal, die kann man ja durch Cover trennen Ja Ja gut, das macht das bisschen einfacher Auch wenn es nicht viel einfacher macht und schöner erst recht nicht So Dann brauchen wir hier nochmal einen Anschluss Zumindest von oben sieht es schön aus Weiß ja irgendwie lange Sehr lange Sehr lange War es das nicht Wir haben eh die Rollstaffel Wir haben eh die Rollstaffel Wir haben die Rollstaffel eh dafür da Okay Dafür brauchst du davon glaube nicht So, was ist jetzt was? Äh, können wir das rechte Oxygen machen, also von mir aus gesehen auf diesem Kabel hier Oxygen oder auf dem anderen das andere? Geht das? Nein Verdammt Äh Okay, also auf diesem hier kommt jetzt dieses, was im unteren gebraucht wird Äh, ja Okay Das heißt, das muss ich mit dem verbinden? Das sieht so hässlich aus Ach du Kacke Ja Ach du Kacke Weißt du jetzt, warum ich das andersrum haben wollte? Dann müsste ich hier nicht noch eine Kreuzung machen Aber das ist bei dir ja blöd Wir sollten vielleicht das ganze Setup dann mal andersrum aufbauen, wenn es vernünftig läuft Weil ich glaube eh, dass wir viel zu wenig haben Schlafen? Ist wieder Nacht Beziehungsweise, glaube ich, gerade wieder Tag, oder? Das schlägt Ich lege Naja, es wird gerade Nacht Achso So Ähm Hast du noch ein paar Tubs über, dass du die beiden nochmal verbinden kannst? Oder so, danke So Ey, das sieht so hässlich aus Mach Wie war das noch? Nicht gut, aber hässlich Äh, nicht Schön, aber Funktioniert Äh Ne, wie ging das schon noch? Keine Ahnung Ich krieg den gerade So, darf ich die Dinger dann verbinden und hoffen, dass es stimmt? Ja Na dann Ja, funktioniert Ich mach mal bei jedem Auto-Sort an Hast du da eigentlich Ab... Hast auch noch keine Upgrades dran? Nein Das Standard-Message deaktiviert dabei Was? Auto-Sort? Ja Wow Äh Wollen wir... Wir cutten nochmal wieder das... Mit Oxygen Äh, damit er das halt aus dem System jetzt nochmal nimmt Hab den hintersten Stab ja schon gemacht Okay Dann nehm ich mal wieder die Upgrades Ähm Ich lass mal neue Upgrades craften Ich hab fast 400 Upgrades verbraucht Äh Ich pack überall Energy Rhyne Energy Rhyne Ja Du packst auch Energy Rhyne Ich pack in die letzten Gas rein Naja Ah, hier ist ja teilweise überall schon Speed drinnen Hier ist auch schon... Hat irgendwer hier schon Speed reingepackt? Welche? Die mittleren? Nein Bis dahin